Gut, danke vielmals, merci, gehen wir weiter, danke für die, gehen wir weiter mit Nr. 1254, Gianfranco, bitte. Ciao, Zemma. Ich bin Zemma, Franco, Gabi Etzel und komme von Churvelda. Ich arbeite bei der Rätischen Bahn, RHB. Das bedeutet dann auch Rätische Bahn. Woher konnte es Huren haben? In meiner Freizeit habe ich Hobbys. Ich sammle ein Lokomotivenplakat, singe und ab und zu kiffe. Meine Vorbilder sind Mario Pacchioli, DJ Bobo und Renzo Blumenthal. Ja, weil der ist Biobauer und macht das beste Gras. Äh, Jackson. Okay. Ja, ich wollte es erst nicht einbringen, also Marmor, Bricht und Eisenstein. Aber weil es so viele Junge da hat, bringe ich jetzt etwas von dem China-Restaurant. Äh, Tokio Hotel. Was ist los? Sind ihr die alle so cool, oder? Ja, es ist nur ein bisschen blöd, ich kann eben diese Leadsängerinnen so schlecht nachmachen. Ja, wegen dem bringe ich jetzt gleich lieber einen Hit vom DJ Bobo. Jetzt ist vorhin gerade noch der Herr Regie zu mir hinterher gekommen und er hat gesagt, ich kann das Playback nicht abspielen, weil ich es auf einer Kassette gebracht habe. Ja, jetzt mache ich es einfach abagella. Also, die Musik macht am Anfang so etwas wie am Bäm, 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 Bäm und dann singt der DJ Bobo. Schiwuff, wuff! Schiwuff, wuff! Fuck nochmal! Scheisse! Oh, der Kollege hat mir noch gesagt, es ist ein sehr schwieriger Text. Ja, dann macht die Musik so etwas wie am Bäm, 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 Bäm und dann singt der DJ Bobo. Schwäbe! Dann kommt die Musik unter DJ Bobo zusammen. Oh, das ist jetzt sehr schwierig alleine. Ähm. Chihuahua hier. Chihuahua there. Everybody is standing. Everybody is standing. Life is easy. Ist das gut gewesen? Danke vielmals. Das hat mich nicht gedacht. Danke. Wow, mega. Danke vielmals. Okay, merci vielmals für den Beitrag. Schüri, fertig bitte. Jetzt bin ich verdammt gespannt. Ja, nein. 9 und 8 ist 17 und 5 ist 23. Boah, das ist ein Mensch. Danke vielmals. Mit euch kommen wir in eine Pause und eins kiefern. Geil, wie sieht man? Wie ein 20.